Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Morgens das Gebet, Herr, mach du das da und dem so und da und wenn ich zum Arzt gehe, mach du das und wenn dann, dann mach du das. Amen. Das ist so eine richtige Arbeitsbesprechung, aber was tust du? Was tust du? Du sagst, ich warte und warte. Es heißt nicht, aus deinem Warten wird ein Wunder oder aus deinem Gottesdienstbesuchen wird ein Wunder. Nein, setze ein Zeichen, entscheide, ja, ich gehe jetzt vorwärts. Zeichen setzen. Ja, wo setzen wir Zeichen? Jeden Tag, wenn wir irgendwie etwas schreiben, setzen wir Zeichen, Kommas, Punkt, Ausrufezeichen und so weiter. Also ich bin ein Weltmeister im Kommasetzen. Ich setze fast alle falsch. Aber ich habe eine liebe Frau und auch wir schreiben ja sehr viel und da gibt es auch Leute, die das dann hinten nach noch machen. Aber ich habe es heute nicht vom Kommasetzen, sondern wirklich vom Zeichensetzen. Wir erwarten, dass Gott alles weiß und er automatisch die Wunder tut. Gott, ja, mach mal. Ich freue mich. Ich traue es dir wirklich zu. Herr, warum hast du nicht? Hast du das nicht auch schon mal gefragt? Herr, warum hast du da nicht auf mich aufgepasst? Herr, warum hast du da nicht in dieser Situation eingegriffen? Herr, warum? Herr, warum? Ich glaube, Gott gibt das Warum. Ja, hast du nicht ein Zeichen gesetzt an dich persönlich weiter? Ein Zeichen der Bereitschaft? Ja, Herr, ich bin bereit für das Wunder und ich setze es in Bewegung durch meine Bereitschaft, durch so manches, was du vielleicht tust. Ich bin bereit. Oder deine Entscheidung. Oh Herr, du machst alles so gut. Du bist so grenzenlos gut. Du bist so unendlich gut. Und dann kommen die Bibelferse einer nach dem anderen. Aber es bewegt sich nichts bei dir. Triff eine Entscheidung, ein Zeichen zu setzen. Tu den ersten Schritt und er wird den zweiten Schritt machen. Setze ein Zeichen und warte nicht, bis Gott tätig wird. Oh Herr, mach doch endlich und Herr, du warst dort und so wie praktisch eine Arbeitsbesprechung morgens, das Gebet. Herr, mach du das da und dem so und da und wenn ich zum Arzt gehe, mach du das und wenn dann, dann mach du das. Und Herr, du weißt auch noch mein Mann und meine Kinder und meine Enkel und mach du das. Amen. Das ist so eine richtige Arbeitsbesprechung, aber was tust du? Was tust du? Du sagst, ich warte und warte und warte. Und Jesus hat das erste Wunder getan und in Kana. Wir sind in der letzten Zeit jedes Jahr in Kana und haben da an diesem Platz, wo eine Kirche ist, immer so eine Andacht, wo wir an das erste Wunder gedenken. Und dort steht auch etwas von einem Zeichen und das in Johannes 2, Vers 11 heißt es. Diesen Anfang, der Zeichen machte Jesu zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Er hat ein Zeichen getan. Er hat dort Wasser in Wein verwandelt. Du sagst, ja, ja, das kann ich nicht, Wasser in Wein zu verwandeln, das kann ich nicht, so ein Zeichen kann ich nicht. Nein, selbstverständlich, das kannst du nicht, aber du kannst sehr viel. Ein Zeichen zu setzen, ohne ein Zeichen zu setzen, ist alles zufällig. Ich sag dir, es ist wichtig, dass wir eine Erfahrung machen, ein Erlebnis haben, eine Entscheidung treffen, dass wir da ein Zeichen setzen. Und ich möchte euch viele, viele Beispiele heute nennen, weil ich weiß, die Praxis ist immer besser wie die Theorie. Zunächst mal Beispiele aus der Bibel. Ja, da war ja der Joshua, der Joshua und die hatten die Bundeslade dabei und dann kamen sie an den Jordan und auch weh, der Herr hat nicht dafür gesorgt, dass Gott hat nicht dafür gesorgt, dass da eine Brücke ist und es war Hochwasser. Wie kommen wir hier rüber? Und was war dann? Joshua ging nicht her und sagt, Herr, mach, dass das Wasser verschwindet, sondern die Priester, die die Bundeslade getragen haben, heißt es im Wort Gottes, als die Füße der Träger der Bundeslade das Wasser berührten, teilte sich der Jordan. Das ist ein Zeichen gesetzt. Nicht, Herr, ich warte jetzt, bis alles, bis hier alles austrocknet und warte jetzt bis und meine Vorstellung so und Herr, mach so, sondern sie sind im Glauben in das Problem hineingetreten und in dem Moment hat Gott das Seinige getan und sie konnten, wie wir es von der Bibel können, trockenen Fußes durch den Jordan. Sie waren drüben, sie waren drüben über dem Jordan in Jericho. Jericho galt es einzunehmen und Jericho hat eine sehr, sehr dicke Stadtmauer. Ich habe die schon gesehen, Ausgrabungen, sechs, sieben Meter, glaube ich, sie ist die dick, da gibt es noch ein Stück davon in Jericho. Und ja, diese Stadt einzunehmen. Und was haben sie gemacht? Sie sind nicht hingegangen und Herr, du machst alles recht und wir warten hier und schauen, dass wir was zu essen haben. Und ja, wenn du alles machst, dann wird alles gut. Nein, Joshua hat Schofahörner genommen. Sie sind sechs Tage um Jericho mit einem Schofahorn herumgelaufen. Einmal pro Tag und haben geblasen. Jeder, der die Schofahörner kennt, es gibt ja so kurze, es gibt auch lange. Aber wir können alle sagen, dass nicht die Druckwellen die Stadtmauern haben einfallen lassen, sondern wirklich der Schritt, das Zeichen setzen. Am siebten Mal sind sie sieben Mal herumgelaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sieben Mal um die Stadt herumgelaufen und geblasen und von den Stadtmauern wurden sie verspottet. Guckt mal, dieses Volk der Weide, dieses Volk, die nichts anderes wissen und die aus der Wüste kommen. Guckt mal, wie naiv die sind. Und sie haben ein Zeichen gesetzt und Gott hat das Seine getan. Die Mauern sind eingestürzt. Mose hat eine ähnliche Sache gehabt mit dem Volk Israel aus Ägypten ausgewandert, heraus. Und sie kamen ans Rote Meer. Nichts Tote Meer, sondern ans Rote Meer. Ich habe gerade überlegt, das liegt ja nicht weit auseinander. Ans Rote Meer. Und die Feinde hinter ihnen. Ja, was? Mose, klar hat er zu Gott gebetet, aber er hat dann auch den ersten Schritt getan. Er hat ein Zeichen gesetzt und das war, er hat den Stab über das Meer gehalten und das Meer teilte sich. Mose hat ja viele Erfahrungen mit seinem Stab gemacht. Wir wissen das mit den Schlangen bei Pharao. Wir kennen das mit dem, ja, mit dem Stein, den er hauen sollte, dem Felsen, den er hauen sollte. Er hat ein Zeichen gesetzt und nicht, oh Herr, hier alle, die steinigen mich, die haben nichts zu trinken. Und mach du, mach du, mach du, sondern er hat ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, wenn das, was Gott mir jetzt gezeigt hat, wenn ich das tue, dass dann mein Wunder freigesetzt ist. Und ich sage dir, setze Zeichen. Ich habe noch mehrere in der Bibel. Der Elia, die Balspriester, die haben ja geopfert und ja, und dann hat ja der Elia gesagt, schreit doch noch lauter zu eurem Gott und so weiter. Und hat sogar noch Wasser auf das Opfer drauf, Wasser auf etwas drauf, das brennen soll, ist physikalisch der totale Blödsinn, oder wie soll ich sagen, totale Konträre. Was hätten wir drauf? Wir hätten vielleicht Stroh drauf, dass das heiße Wetter doch irgendwas doch entzündet. Nein, er hat sogar noch Wasser drauf und hat da ein Zeichen gesetzt, also ein total unmögliches Opfer hat angefangen zu brennen. Also das war ein Zeichen gesetzt. Ja, Josaphat, wir kennen das, 2. Chroniker 20. Ja, er musste kämpfen und er hat ein Heer zusammengestellt. Und wisst ihr, was er gemacht hat? In der ersten Reihe, die gefährlichste Reihe, die Reihe, die am besten schießen können muss und die praktisch die gefährlichste Reihe ist, hat er Sänger hingestellt. Sänger, lauter, geisterfüllte Sänger. Und wie war es? Sie haben nicht einen Kampf führen müssen. Der Kampf war gewonnen. Setze ein Zeichen. David, David, wir wissen es, der Riesen Goliath und die ganzen Israeliten hatten Angst und ja, wir kennen die ganze Geschichte. Und er hatte nicht eine große Klappe, sondern die große Klappe hatte der Goliath und der David war inspiriert. Fünf Steine, fünf Kieselsteine. Nicht irgendwelche Spezialwaffe, nein, fünf Kieselsteine und eine Schleuder. Und ich kann mir vorstellen, wie so mancher oder wie es auch im David gebrodelt hat. Wenn das nicht klappt, wenn das nicht klappt, dann habe ich mein Image verloren. Wenn das nicht klappt und so weiter. Er hat es getan und wir wissen, er hatte den Sieg. Noch eine Sache vom Neuen Testament. Ja, der Petrus. Es war Sturm, die Wellen waren hoch und es geriet alles ins Wanken. Das Boot füllte sich und so weiter. Und auf einmal kam ein Gespenst, meinten sie, es war Jesus. Und der Petrus hat ein Zeichen gesetzt auf das Unmögliche. Er ist ausgestiegen. Ausgestiegen. In diesen Sturm, in diese Wellen hinein. Ausgestiegen. Und ja, er hat ein Zeichen gesetzt. Man spricht nicht über die anderen Jünger, die im Boot waren in dieser Geschichte, sondern über den Petrus. Er hat ein Zeichen gesetzt und das Zeichensetzen belohnt Gott durch Wunder. Setze mit deinem Glauben ein Zeichen und aus deinem Unmöglich wird ein Wunder. Aus deinem Unmöglich wird ein Wunder. Es heißt nicht, aus deinem Warten wird ein Wunder. Oder aus deinem Gottesdienstbesuchen wird ein Wunder. Nein, setze ein Zeichen. Entscheide, ja, ich gehe jetzt vorwärts. Ich gehe jetzt vorwärts. Und das ist wirklich, wirklich wunderbar. Mir fällt gerade was ein. Ich habe ja, viele wissen, es sehr, sehr schlecht gesehen. Und ja, jede Augenprüfung war eine Herausforderung. Es wurde wesentlich besser durch die Gläser, die es gab. Und ich habe dann auch den Führerschein geschafft mit einer Menge Einschränkungen. Und jedes Jahr musste ich alle zwei Jahre wieder den Führerschein erneuern und wieder Augentests machen. Und das war immer eine Herausforderung und wieder eine Herausforderung. Und dann war mal die Situation so, da war der Test. Und ja, das war immer gerade so, gerade so noch erreicht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir vor dem Test, das Auto war, ich glaube, zehn Jahre alt, das ich hatte, habe mir Autoprospektive geholt und habe mir das Auto, was ich mir leisten kann, was mir gefallen hat, mir rausgesucht und sage, dieses Auto werde ich fahren. Das war vor, ich weiß nicht, schon ein paar Jahre her. Dieses Auto werde ich fahren. Und ihr Lieben, wie Gott dann manches gelenkt hat. Ich kam zu einer Augen-OP, auch noch eine Sache, wo man mir empfohlen hat. Ihr wisst, die einen empfehlen es, die anderen sagen, das machst du nur nicht. Ich kam dann hin und ihr Lieben, die ganze Sache, ohne jetzt das Kleine zu erzählen, die ganze Sache ist die, ich sehe heute so, dass ich keine Einschränkungen mehr habe und bin das Auto gefahren, habe ein Zeichen gesetzt. Das wird es sein. Du hättest aber auch schauen können, was kosten die Bahnfahrkarten, was kostet ein Fahrrad oder tue ich mir, damals gab es noch keine E-Bikes zu der Zeit, tue ich mir das oder jenes. Was tust du, was für ein Zeichen setzt du? Es wird für andere ein Vorbild zu dem Glauben. Wir haben auch auf unserer Webseite tausende von Zeugnisse. Und ich sage dir, schau dort mal rein, wenn du wirklich Glauben brauchst. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass du den ersten Schritt tust. Wir haben hier schon viele Zeugnisse gehört und auch, wo Menschen eigentlich nur einen Brief eingeworfen haben und daran geglaubt haben, Gott erhört Gebet und er hat es getan. Nach jedem Bibellesen setze dir ein Zeichen zu dem Thema. Wenn du was hörst über Buße tun, überleg dir, ob du da ein Zeichen setzen sollst und sagen, ja, das muss ich tun, das mache ich, das mache ich heute Abend. Oder ich entschuldige mich. Und wenn du irgendwie vom Sieg Gottes hörst, dann sagst du, ja, das Sieg auch über meiner Familie und ich setze das und das und das frei. Ich möchte ein bisschen aus unserer Familie erzählen. Und zwar mein Großvater, der ja 1945 vom Krieg kam, einen Hauskreis gegründet hat. Und das wurde alles sehr schnell zu klein. Er bräuchte eine kleine Kirche und hatte natürlich kein Geld. Und ich bin nicht in der Zeit groß geworden, aber zu der Zeit nach dem Krieg gab es Wertmarken für Tabak kaufen, für irgendwelche Genussmittel zu kaufen. Und wisst ihr, was mein Opa getan hat? Er ging auf eine Ausstellung und hat ein Kamintürchen gekauft. Ein Kamintürchen, also für einen Schornstein, wo der Kaminfeger dann den Ruß raustut, hat ein Kamintürchen gekauft und hat gesagt und hat gebetet, lieber Gott, schenke du mir um das Kamintürchen rum mein Gemeindehaus. Und das steht heute noch in Durlach. Es ist ein Wohnhaus jetzt mittlerweile geworden, aber es hat funktioniert. Ihr kennt jeden Sonntag diesen Flügel. Dieser Flügel ist schon relativ alt. Es ist der größte Steinwehlflügel, der gebaut wurde. Und mein Vater hat ihn gekauft, als er noch eine Baufirma hatte und hat ihn mit seinem Geld gekauft, hat ihn in sein Büro, vis-à-vis im Altbau hat er sein Büro, hat er den Flügel reingestellt, hat ein Drittel des Büros eingenommen. Das war also optisch eine Katastrophe, also nur hat er rein und hat gebetet, Herr, schenk mir die Kathedrale drumherum und hat diesen Flügel. Und das ist für mich das weltbeste Instrument, es ist eine Ehre, mit diesem Flügel zu spielen, weil der ist sowas von toll. Ja, zum Beispiel der Grundstückskauf von diesem Grundstück. Es war so viele Unmöglichkeiten, die ganze Geschichte könnt ihr in einem Buch lesen, aber es war so viele Unmöglichkeiten und mein Vater ist ums Rathaus gelaufen, so wie ich es gerade von Joshua gesagt habe, einmal jeden Tag, siebte Mal, siebte Tag sieben Mal. Es hat funktioniert. Ein Zeichen gesetzt. Dann, mein Vater wollte unbedingt hinter dem Kreuz Israel Steine haben, ist nach Israel, hat einen Steinbruch ausfindig gemacht in Jerusalem und hat gesagt, was kostet das, ich brauche das und jenes und ich habe hier heute Morgen einen Stein mitgebracht, die sind ziemlich schwer, das sind genau die Steine, die hier hinten sind und die sind ganz speziell und auch in Rosa, was eigentlich nur in Jerusalem diese Art gibt, hat diesen alles ausgesucht, hat kein Geld gehabt, ist nach Hause und hat gebetet, Herr, nicht, weil das irgendwo vom Glauben wichtig ist, aber ich hätte gerne im zentralen Punkt der Kirche Steine aus Jerusalem. Er kommt heim, ein Zettel liegt auf seinem Tisch, er soll jemand anrufen und diese Frau sagt, Bruder Siegfried, ich möchte dir zum Geburtstag was schenken. Dann sagt er, ihr kennt vielleicht meinen Vater, sehr spontan, sagt er, du, ich weiß was, aber das ist zu groß für dich, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich war in Israel, unerzählt begeistert die Geschichte, sagt sie, genau dieser Betrag habe ich vor zu geben. Du bekommst für deinen Geburtstag diese Steine mit Transport und so weiter. Das ist Zeichen setzen und ihr Lieben, für mich ist auch ein geht nicht, gibt's nicht. Ja, wenn du das jetzt siehst, sagst du, der Asch hält es nie und wie bekommt man den da hoch und so weiter. Geht nicht, gibt's nicht. Und ihr Lieben, Zeichen setzen macht Freude, es ist aber auch ein Abenteuer. Und ich kann euch, so viele, viele Geschichten gibt's da, wo ich auch in der Welt draußen Zeichen setzen durfte, aber auch hier, ich könnte den ganzen Tag da erzählen. Schaut mal, unsere Israel-Reise in das Land, das so lange zu war, in Israel und wir haben Werbung gemacht und dann noch 14 Tage, 14 Tage, drei Wochen davor war noch zu. Wir haben geglaubt und wir wurden verlacht von so vielen. Fernsehsender haben unsere Werbung nicht ausgestrahlt, weil sie gesagt haben, das ist unmöglich, macht die Leute nicht verrückt, ihr könnt nicht nach Israel und wir waren dort. Wenn wir nicht Zeichen setzen, bewegt sich nichts. Und ich möchte noch eine Sache sagen, ihr Lieben, Zeichen setzen. Das war auch ein Zeichen. Wir haben einen Bus rausgesucht für unsere Einsätze, wo wir rausfahren. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wir hatten zwei zur Auswahl, zu der Zeit gab's kaum gebrauchte Busse. Und natürlich, der günstigere ist günstiger. Das sagst du, das ist eine Logik, ja. Aber dann war dieser Bus, der hat einiges mehr gekostet und ja, du hast nichts Geld. Das ist, wenn du hier so ein Werk leitest, musst du erst glauben und dann kommt das Geld. Das ist nicht so, dass du sagst, ich habe das Geld, jetzt bestelle ich. Und dann habe ich mit Isolde gesprochen, meiner Frau, und sie sagte, dieser Bus ist Glauben und der andere ist ein Bus. Und wir haben diesen, wirklich das Zeichen gesetzt, haben ihn bestellt mit keinem Geld in der Tasche. Und als wir, kurz nachdem er ausgeliefert wurde, war das Geld zusammen. Zeichen setzen. Man hätte auch nichts tun können oder sagen können, ja, miete doch Busse, mach doch das. Was haben wir für Vorschläge bekommen? Lieben, das ist ein Zeichen setzen. Ich sag dir, bist du nur am Tanken oder bewegst du auch etwas? Manche, die tanken nur, die tanken Sonntag. Oh, Herr, den Segen und Herr, gib mehr und Herr, noch mehr und Herr, das und Herr, jenes. Ich sage dir, du darfst tanken, du sollst tanken, aber wie es auch im Auto ist, du tust ja nicht tanken, schiebst das Auto beiseite und sagst, ich tanke morgen wieder, sondern du bewegst dich dann, du bewegst dich vorwärts. Wo ist dein Zeichensetzen? Jesus hat ein Zeichen gesetzt mit dem Kreuz. Lieben, ein Zeichen, dass der Tod besiegt ist. Ein Zeichen, dass die Sünde besiegt ist. Ein Zeichen, dass die Krankheit besiegt ist. Und ich sage dir auch, wenn du eine Andacht hörst oder nach dieser Predigt, ich sage dir, setze ein Zeichen. Sag, ja, das setze ich um. Setze mit deinem Glauben ein Zeichen und aus deinem Unmöglich wird ein Wunder. Möchtest du ein Wunder erleben? Aus deinem Unmöglich wird ein Wunder. Und ich sage dir und ich möchte schließen mit dem einen Wunder, das am Teich Bethesda geschehen ist. Da war ein Mann 38 Jahre krank und Jesus kam und sagt, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Der gute Mann hätte genügend erklären können, warum es nicht geht, weil er es 38 Jahre probiert hat und nichts hat funktioniert. Und er hat ein Zeichen gesetzt, weil es Jesus gesagt hat, ich packe jetzt meine Matte und geh. Und ich sage dir, setze du auch ein Zeichen. Er war geheilt, weil er hat es spontan, er hat es spontan angenommen und sagt, das Zeichen setze ich jetzt. Und das Zeichen ist so gesetzt, dass es in jeder Bibel steht und wir auch heute Segen daraus empfangen. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Musik